Wir begrüßen mit einem ganz kräftigen Applaus vom Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE Heike Kerber. So, ganz kurz und knackig, warum du hier auf dieser Bühne in drei Minuten. Wir hatten abgesprochen, dass du sagst, es war deine tiefste Leidenschaft, dein Herzenswunsch, dein Wille hier einen Beitrag zu leisten auf dem Forum Netztechnik. Bühne frei für Heike Kerber. Ich soll Sie jetzt vorbereiten, ganz fachlich vorbereiten auf das, was jetzt kommt. Was erzählen Sie Ihren Nachbarn auf der Grillparty über die Schönheit einer Freileitung im Thüringer Wald oder über die Aufgeregtheit eines Zählerschrankes nach der neuesten VDE-Anwendungsregel? Ich finde, wir brauchen Likes. Also ich stelle mir so vor, VDE, AR, so und so und so und so, 231.768 Likes. Das wär's. Das wär's. Damit könnte ich auch punkten, wenn ich zur nächsten Grillparty gehe. Wer von Ihnen kann mir den Satz sagen, mit dem im neuesten Gesetzentwurf beschrieben ist, welche Daten standardmäßig vom Messstellenbetreiber übermittelt werden sollen? Wissen Sie nicht? Ich auch nicht. Ich hab den Satz mitgebracht. Eindeutige und transparente Grundlagen. Kaskadierung von Maßnahmen zur Systemsicherheit 231.768 Likes. Das ist das Ziel. Wie kommen wir dazu? Also VDE, ARN 4000, Erarbeitung von Anwendungsregeln als Cartoon. Oder noch besser, unsere technischen Anschlussregeln als Cartoon. Ich hoffe, ich hab Sie so ein bisschen drauf vorbereiten können, auf das, was jetzt kommt. Ich bin sehr neugierig auf unsere vier Slammer und ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.